Wie ist das Gewicht? Hier ist es sicher. Und weil es natürlich Gewicht ist, zieht es. Also die anderen Varianten würden wir hier durch einen Knut ziehen. Mhm. Und dann das quasi da oben, weisst du, so ein Aufhänger. Das ist ja da schon mal. Da. Oder nur diese dran. Da hast du den Schlick schon gemacht. Ja. Ist es für die Wüte im Fall? Nein. Oder? Das ist nicht. Okay. Und tschüss. Wo geht es? Hei hei hei. Danke. Tschüss. 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 Das ist es eben. Das ist doch gut, oder? Aha. Ich glaube, wenn er so wäre, wenn er jetzt ist, dann wäre er einigermassen gut. Ich habe das Gefühl, dass ich das Klebe nicht habe. Dann müssen wir, dann müssen wir, ich würde sogar eher vorschlagen, ein Reisnabel. Aber meinst, ich könnte ihm das nicht engabieren? Ja. Und wenn er so, so das Klebe hinten dran hat. Ja. Hier ist eben noch das Teile, das wir schon hergewechselt haben. Ja, ja. Aber ab jetzt ist es ein Kessel. Aber für mich ist jetzt das das Letzte. Ja, ja. Wir müssen hier fast schon ein Geheimwohnung haben. Ja, ja.